Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Together Modded Minecraft Mit dem Furnace Genau Mit dem Furnace? Ich hab ja gerade noch kurz mehr Clay gespottet Nämlich gerade mal mit Gibt's auch Land Clay? Äh Land Clay? Nein Wir haben wirklich gerade mehr Clay... Er war schlecht Eigentlich war der glaube ich sogar noch mehr als... Suche 9, YouTube Channel Schlechter Witze Wolfgang ist tot Ne Wolfgang sitzt vorm Lager glaube ich Who the fuck is Wolfgang? Wolfgang ist der wolfige Wolf Ach der Köter meinst du? Nein Der Werwolf hieß Wolfgang Wieso? Who the fuck is Wolfgang? Ja Wolfi Okay du bist ja schon ganz schön weit hier Ja Nicht schlecht Aber ich bin noch lange nicht fertig Ich muss noch Türme drauf bauen und so Ja dann helfe ich dir vielleicht wieder Vielleicht Willen musst du nicht Vielleicht auch nicht Dann helfe ich dir halt Ich bin nur im Saas Haus Ja das ist voll anstrengend man Wer ist denn mit Fackeln? Da sind scheiß Fackeln drin Ich hab sogar grad noch Leuchter hingebaut Repeller? Ja Gibt's nicht Hm Doch Hier oben fehlt noch ein Stück Mauer oder? Hier oben drüber siehst du das? Auf der Minimap? Da ist eine Ecke nicht zugebaut Da kommt ein Turm hin Achso Ja Michi dein Innenbereich ist zwar ausgeleuchtet Aber oben drauf auf den Gängen Also auf dem Außenmauer Da ist halt nicht ausgeleuchtet Da spawnen die Viecher dann halt Ja und dann laufen sie wo lang? Um unten rein zu kommen? In der Treppe ne? In der Treppe ne? In Ogo Er hat sich halt da reingebuckt Gebubbt Oh fuck der ist er ja Oh kacke Er hat sich da reingebubbt Nein 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 Er hat bis was beschädigt und mich ihm Alter Ich mein ich stehe am anderen Ende von der kack Mauer Ja Ah schön ein riesen Loch in der Wand Das ist ja klasse Ach der Boden hat's erwischt Ach nur den Boden Und die andere Hälfte auch noch Das ist ja schön Hast du was zu tun Guck mal der hat hier Dings hinterlassen Alter Oh die Wand ist weg ja Beide? Beide Wände Der Holzboden hat's ausgehalten oder wie? Ah auch nicht Ja nur ein Stück Boah ich ein neues Haus Boah ich ein neues Haus Boah ich ein neues Haus Reparier das doch bisschen alter Ich weiß nicht mehr Alter ich hab da total abgekotzt Wo ich das so schön gebaut hab Ja aber stell dich hier drüben hin Mach ein Screenshot und dann baust du es halt wieder hin Ja nein das war eben anders Und wer hat's verkackt Ja Dann mach ich's halt nachher heile Wenn ich mit der Mauer fertig bin In 15 Folgen 20 Folgen Ich hab keinen Plan mehr wie das war Ja ich mach das nachher dann Weißt du auch nicht Ja ich mach's dann halt so wie es vernünftig aussehen würde Nach meiner Meinung Fertig Oh je Haha Ahahaha Du wirst stehen bei den Tisch noch Ich bin beeindruckt Ja man ist der heilige Ja dann hat's Auch zur Hallo Geht auch was Und Zinn Kupfer war das glaube ich oder Ja Zink nein Zinn Zinn und Kupfer haben wir das noch Meine Treppe ist auch im Eimer Ja vermutlich Das ganze Haus ist im Eimer Da hat nix überlebt So schnell geht das Ja so schnell geht das Ja so schnell geht das Ja Der Rück wird jetzt wieder rausgelaufen extra Damit er nicht noch mehr zerstört Pfff Naja das sagst du jetzt Und in Wirklichkeit bist du extra reingelaufen Eigentlich hab ich ihn gesehen Bin reingerannt und hab ihn noch in die Fresse gehauen Damit er mich ja auch angreift Ja Verdammt ey was mein Im Eimer es gibt gespoilert Ja aber das ist genauso wie Von unserem Let's Die Genau die gleiche Mechanik Hey da ist ne Ogre Greif mich doch mal an Oder lauf mir mal hin Da steht dass ich ihn nicht gesehen habe Sondern dass er mich gesehen hat Du könnte aber sagen Warum läufst du überhaupt rein? Kannst du dir schon mitteilen dass da was ist? War halt zu spät Deswegen Zu spät warst du nicht mal bei mir in der Nähe Als ich ihn gesehen hab Egal Kaputt ist kaputt Ist doch egal Baut sich wieder auf ja Wie gesagt Pupp ich mach das nachher So Oder in Zehn Tagen Wenn ich hier irgendwann mal fertig bin So, ein bisschen Sticker-Raisin sammeln Und dann brauchen wir Was brauchen wir denn noch? Ähm, ja, egal Sogar meine Crafting-Box ist weg, Mann Oh, oh, oh Ja, das dürfte doch kein Problem für die sein Du hast also immer 50 Stück am Vorrat, oder? Nicht mehr Schon längst nicht mehr Ich weiß, das ist nur ein alter Running-Gag Haben wir Klaas? Ich hab irgendwo Sand gesehen, relativ viel Ja, stimmt Guck nicht, geh weg Was denn? Was denn? Ich bin gar nicht schuld Ich zieh gleich den Zaun rum Was denn? Dann fliegen wir halt drüber Soweit haben wir so Gravity-Fields oder wie auch immer die Teile heißen, aber Können wir uns nicht leisten Ups, dann lass auch So, dann gehen wir auch mal gaffen Gassi? Was? Oh je, irgendwie ein Hochzeitslied Oder sowas Next Ähm Sieht schön aus, die Mauer jetzt Besser als Feuer Äh Bei Michalas Ja, die Wand Ja, die Wand Wo spawnen die denn, die Drecksviecher? Wie ist alles eigentlich erleuchtet? Echt? Hm Was glaubst du? Ich rappelle die Klaas Hier, hier ist dunkel Ein bisschen Oder hier auch Die Ecken Ähm Wir verlegern jetzt ein paar Tubes Ich glaube Michi war das der Ah, Drecksvieh Der lieber Pipes verwendet oder so, ne? Ah, das kommt auch schon Verwendungszweck an, ne? Ach, auf einmal, okay Gut Ja, natürlich kommt es auch ein Verwendungszweck an Ja Aber für den Zweck würde ich Pipes verwenden Oder es kommt halt darauf an, wie du das Gebäude auch brauchst Aber mit Pipes kannst du halt eine lange Röhre machen Und du musst nicht tausend mal untersortieren Nur das Pipes auch hart ineffizient waren Nur das Pipes auch hart ineffizient waren Ob sie es noch sind, weiß ich nicht, aber Ja Pfff, das heißt ineffizient Ist mir nur scheißegal, wie schnell das ist Einen zu teutisch Und auch von der Leckrate, also Die haben schon ganz schön Das hört mich nicht an, ich hab genug rum Ah, ist mir scheißegal Bisschen hochgeflogen Warum gibt's eigentlich wieder scheißJP kein Hoover-Modus mehr, Alter? Oh, hier sind noch falsche Waypoints Ja, irgendwie soll es dir nur begeben, aber Ach, ich hab keinen Shitpack Also auf unserem Live-Server Der Rocky ist glaube ich belegt Nee, nee, auf unserem Live-Server Da hat irgendjemand gesch... Also da haben wir ja ein bisschen andere Mods als hier Ähm, aber da geht's anscheinend wohl Ja, geht auch Es sind halt andere Keys noch vorher drauf Die er zuerst nimmt Ich glaub Millenair hat was drauf Und... Minimap-Dingens Also Minimap... Genau, die zwei waren's So... Heute ist krass Ja... Hoffentlich reicht das Das sind Zomben mit ne Goldrüstung Ja Ich bin froh, dass er keine Deerrüstung hat Der verbrennt nicht mal Ist er im Wasser? Der kann halt was Nein, der steht einfach so... Einfach rum Vielleicht ist er... Verbuckt Tja... Tubes, Tubes, Tubes Hat mal einer die Query gecheckt, ob die noch läuft So... Kann ich mal gucken, ich bin hier grad in der Nähe Oder ob unsere Kisten nicht überlaufen oder so Ich glaub nicht, dass die Kisten überlaufen Ich glaub nicht, dass die Query noch läuft Ja... Wahrscheinlich hat's keinen Strom mehr Mein Geist Äh... Die hat vermutlich keinen Strom mehr, ja Bring mir mal Cobblestone bitte Zuhören wir mal raus ein bisschen Also mehr als drei Stacks kann ich nicht tragen Er reicht Warum bringe ich dem eigentlich was? Der hat grad meine Bude zerstört Ja... Bleib halt weg Bist viel zu nett Bin ich auch Verklag mich doch Schon wieder? Wenn ich schon mal so ein Thema... Ich weiß nicht mehr Da hast du ja einen Scheiß Ähm... irgendwas wollte ich noch gucken Aber man kann hier mal Werbung machen Werbung? Und zwar... Ja... In eigener Sache, oder? Ja... Nein, nein, nicht in eigener Sache Und zwar... Wer sich dafür... Interessiert... Zum Thema Bestandsdatenauskunft Hier so... Zurzeit, ja... Ganz aktuell... Politik und so... Ähm... Kann sich mal... Kann sich mal... Ja, doch... Viele interessiert's... Mich zum Beispiel... Dich könnte es vielleicht auch interessieren Ob du wünschst, dass alle deine Daten Egal woher überall gespeichert werden Ja... Will ich... Äh... Nicht... Merkst du was? Ja... Und da... Früber... Ähm... Kann man sich auf Stopp minus BDA informieren Weil da gibt es eine Sammelklage Weil jetzt eigentlich jedes Hotel gegen irgendwelche Internetzensierungen Klagen und... Ja, ich mein... Was bleibt dir übrig? Ja... Versuchen's ja immer wieder, ey... Mit irgendwelchen anderen Gesetzen und bla... Ja... Natürlich... Und... Ich mein... Was wirst du machen außer dagegen zu klagen? Kannst du uns natürlich auch durchlassen... Ja... Schön... Habe ich da natürlich richtig Bock drauf Darfst du halt nichts mehr illegales machen... Ja... Der Staat was traut dir ja... Darum geht's mir ja nicht... Ich sag jetzt mal... Mein... Mein PC ist... Ähm... Sag ich zu 100% legal... Aber... Deswegen möchte ich trotzdem nicht, dass alles von mir gespeichert wird Was ich überall... Da geht's ja nicht nur um Suchanfragen, sondern auch um... Um Gespräche, um alles... Um allmöglichen Shit... Es ist gut, wie die Kuh mich knallhart ignoriert... Oh... Der hält ich für'n Gleichgesinnten... Aber er ist doch ein Blöki... Kein... Achso... Ja... Ja... Ich hab voll Bock auf Siedler von Katarn... Ich hab doch die Geselligkeit des Spiels ge... Tja... Dann musst du... Mal wieder einladen... Zu dir... Hat ja nie jemand Zeit... Und letztens erzählt jetzt... Hast du mit den Comments doch eigentlich gebracht oder nicht? Ja... Der lag da draußen... Ja... Der hat gesagt... Der liegt doch noch... Ich hab... Der da hingelegt, ja... Hab ich das mitgekriegt? Nein... Aber danke... Not my problem... Ja... Hm... Aber eigentlich kann ich noch ein vierter Schaf haben... Das ist... Irgendwie weg... Mit Copper? Achso... Achso... Wir gehen fügig... Unser System... Unser in Anführungszeichen System... Ach... Das System... Ja... Das gut ausgedachtes System... Ich stopp... Ich stopp... Ich stopp jetzt einfach irgendwo rein... Egal was... Ja ich mein... Das wofür wir Küsten haben... Tu ich schon rein... Also... Holz... Stein... Naja... Wertvolle Rohstoffe ist voll... Okay... Natürlich blöd... Hm... Kann ich die obere Küste öffnen? Die ist... Öff... Öffnenbar... Wie auch immer... Die lässt sich öffnen... Ist ja auch voll... Ja... Ja... So voll wie du immer bist... Öff... 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 Lustig... Nein... Mag mir einer mal Fackeln machen? Nein... Ja... Leute schlicht in Laune oder sowas? Ja... Ja... Wir sind keine Bimbos... So kannst du das auch nicht sagen... Irgendwann hat doch bestimmt nichts zu tun gerade oder? Und steht nur rum oder so... Ich bau gerade... Ich kann dir 63 Stück geben... Die hab ich grad hier dabei... Warum sie die abholen? Ich hab grad zwei Stacks in mein Haus geklebt... Dann machen wir die eigene Fackeln einfach... Ja... Dann nimm sie halt nicht... Ja... Ich brauche halt... 1000... Ich muss die ganze Mauer mit Fackeln ausstatten... Exakt... 1000... Ja genau... Vielleicht auch 1002... Ich weiß es nicht... Zähl aber bitte mit... Ich weiß ja nicht wie du das in Minecraft machst... Aber zählen tue ich da nix... Ich sehe schon einiges... Haben wir denn Kohle? Nicht mehr viel... Oder... Ja gar keiner... Guck mal bei der Quarry... Da ist vielleicht noch was drin... Ja ich mach Charcoal... Hier sind vier Stacks... Torches drin... In der Kiste... Mein ja nur... Guck dir in der hier... Ich find's immer noch anstrengend... Dass meine... Scheiß... Mouse Hold Button kaputt ist... Und ich... Nicht mal dauerhaft was abbauen kann... Sondern alles zuhause mal anklicken muss... Ohne diesen Mod könnte ich gar nix abbauen... Dann sei froh dass er da ist... Ja jetzt ist das Ding gemacht... Und vor allem... Hier ist das Ding kaputt... Also... Naja... Es... Gibt halt einfach kein Hold Event mehr... Ich drücke... Und dann... Was das halt... Ja das ist nicht mehr so ein... Sof... Nein... Hast du schon ein... G700 Problem... Und ich muss meine Maus einschicken... Äh... Zuluki... Wie ist die Zeit eigentlich? Die Zeit schreitet als weiter voran... Du hast damit angefangen... Dass du... Fast voller Kabel rumstehend hast... Ähm... Damit hat Blacky aber vollkommen recht... Dass wir mal wieder hier... Schluss machen müssen... Was? Ja... Okay... Tschüss... Tschüss... Wir sehen uns dann... In der nächsten Folge... Bis dann... Tschö... Mit Ö... Tschö...